Ja, moin Sie, Herr Trittin, Namen Frau Illner. Ich bin Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenfenne. Herr Trittin, meine Frage an Sie, wenn man den ganzen Umfragen trauen darf, richtig klare Mehrheitsverhältnisse gibt es momentan nicht in Sachen Bundestagswahl. Und Sie als Grüne, Sie gehen so selbstbewusst in den Wahlkampf, dass Sie sagen, wir machen keine Koalitionsaussage, wir sind nicht zwangsläufig der Juniorpartner von einer von den anderen Parteien. Sie sagen aber auch, Schwarz-Gelb muss verhindert werden. Herr Trittin, ganz ehrliche Antwort, sollte es nach der Bundestagswahl eine Mehrheit geben aus SPD, Linke und Ihnen aus den Grünen, wären Sie bereit, Deutschland auch mit der Linke zusammen zu regieren?